und willkommen zurück zu daisy für 24 euro um 20 uhr wir sind in elektro auf dem mongo cruiser was schüsse gehört hier und das war in akm oder so leise patrick was nein der ist so beruhigend er ja findest das beruhigend offen das berühmt was stress alter nein nein ich brauche keinen stress ich habe gehört du hast ganz viel damage bekommen schon von zombies was willst du mir drohen alter nein wir brauchen nur noch einen faustschlag glaube ich dann ist er hin so hallo hallo diese stadt wird geräumt yo checker wahrscheinlich wie so ein bisschen walken weißt du so ein bisschen so ja locker schiff und so sniper clear glaub ich verschwimmen gestern und war dann so da da an der kasse und ja hier einmal so obwohl die 1 50 mehr haben weil das wasser also das ist mehr beheizt das ist anstatt 27 grad 30 grad warm dachte ich mir ja gut okay 1 50 einmal kannst es dir geben auch wenn es scheiße ist und das ist so ekelhaft dass es zu warm ist also ich habe nicht damit gerechnet dass diese zwei drei grad zu viel ausmachen aber ich fühlte mich auch gar nicht erschöpft da drin ich hätte irgendwie ewig weiterschwimmen können so irgendwann war ich gar nicht mehr ganz da vor allem auch bei rechts im becken das war so parallel betrieb weißt du also so eine alte gruppe war weißt du so altes fleisch das dann irgendwie versucht hat sich zu bewegen nachahmend eine junge dame die am beckenrand irgendwie sportliche bewegung machte zu britney spears und last christmas für ich mir auch dachte alter wot 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 wir hatten ja geschossen wo bist du hier gelandet na nutzer hast du gerade geschossen nee 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 das waren sks schüsse da hinten links 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 haus grünes haus genau 22 22 22 22 gut wiegen wir vorne mal ich gehe ans hause hier und er schießt christmas das sollst du was erscheinen erschießen überhaupt hört sich ja als ich angehört wie krankenhaustach Leute, Alter, die Stelle hier, ne? Wisst ihr noch? Oh ja Wo ist er? Wo ist er? We are friendly Jo, wahrscheinlich friendly, oder? Jo, wahrscheinlich Guck, guck, guck Warte mal Der schießt aus dem Norden Der muss da irgendwo Im Haus sein, da Im roten Haus oder so, kann das sein? Ich weiß nicht Im oberen Stockwerk oder doch Krankenhaus Alter, weiß ich doch nicht Was willst du denn? Man muss ja halt gucken, wo man bleibt Guckt eigentlich irgendjemand auf die Zeit? Nee, nee Ist doch auch egal Das habe ich schon eingestellt hier, 500 Meter, oder? Ah, 300, 200 Meter Nee, Strandmeer, ne? Warte, nein, die Schüsse kamen aber von Von Norden eher Warte, wo ist Elektro? Ja, doch Norden Ja, macht mal Ja, wie macht mal Ich habe keinen Bock in der ersten Folge schon zu sterben Meinst du? Ja Lieber in der zweiten? Lieber in der zweiten, wenn schon denn schon Ich renne mal rüber, komm Weißt du, und das ist dann auch immer so So ein Lautsprecher, wo du glaubst, der hat eigentlich nur Bass Du verstehst eigentlich nichts Vor allem in der Schwimmhalle Nee, nee Weißt du, das ist halt so eine große Box Sie wird dann reingerollt So CD-Player, 20 Jahre alt Und dann, dann geht's ab Du verstehst die Musik halt nicht Weißt du, du kannst nur irgendwie die Melodie erkennen Und bekommst dadurch dann gute Laune Das ist übrigens auch so ein Song Der erste, der den auf Facebook postet, wird immer instant gebannt Instagram? Ey, der laiert schon, der Song Der laiert Ja, hör dir das mal an Ja, spiel mal ab Oh, alter Zombie Ja, wer hat ihn gepult? Keine Ahnung Alles klaro War hier gerade einer vor dem Haus? Oder was tut sie? Ja, hier waren zwei vorhin in der Nähe Hallo Friendly? Achso Alter Daniel Stück Scheiße, Alter Passt auf, ne? Ich vermute, in einem roten Haus oder so So in der Reihe irgendwie Dass der da rausschießt Wahrscheinlich Zombie, ne? Wow Ja, überlebt das Ich glaub, es hackt Der ist bestimmt da oben irgendwo drin, oder? Wahrscheinlich Nachladen Wir könnten auch das Haus stürmen, Baby Nachver... Tani, hast du dich? Oh, Patrick Oh, Patrick Ja, jetzt lernst du Das hast du gut gelernt Wartest du doch mal ne Kindheit? Ja, du hast gesagt Ach ja, 45 Jahre Du hast zu mir gesagt Üb doch mal Weißt du? Geh mal üben, sag Ja, geh mal üben, Alter Ja, geh mal üben, Alter Wer kommt der Scheiße eigentlich schon wieder? Der Spurt, das gefällt mir Ja, ne? Geh mal üben, ne? Ey, geh mal üben, ey Hey, Bro Wow Alter, mein Herz Ja Die Sounds bei mir überhaupt nicht passen, ne? Ich mag Kannst du bitte ein bisschen Abstand Abstand, so So Ich hab immer ein bisschen Schiss Wenn ich so ziele Und du hinter mir stehst Weißt du? Sag mal so You are dead Ah, ich guck rüber Lass uns mal irgendwie die Straße runtergehen Er passt aber auf die Häuser da auf, ne? Ja, ja, komm Ne, ohne Witz Ich glaub, der ist da Oh, oben drin Ja, lol, hallo Wie er friendly, genau Ich glaub, der ist weniger friendly Hello Lol, geportet Von hier kamen Schüsse irgendwo dann, ne? Ha Ist das einer von euch hier in der Fabrik? Ja, ja, ja Oh Ja, grüner Rucksack, hallo Ja, chill doch Ja, grüner Rucksack Was für voll unique Schwarzes Gesicht Äh What? Von wo? Treppe oben? Ich glaub Ich glaub von oben Oben, ne? Treppe Can you talk? Can you talk? Ich glaub, kann man das da reden kann Er steht oben Ja, er steht oben Ah, alter Rucksack Da ist noch einer Lol Konnte nicht schießen Weil Daniel Ich bin ja conscious Weil Daniel da im Weg stand Wahrscheinlich long range Oder was Bist du noch da, Daniel? Ich will nicht sagen ja, aber Wo? Ich bin in dem kleinen Raum drin, ne? Also es war ja einer direkt im Flur, ne? Der auf mich geschossen hat Ja, ich hab's gesehen Blauer Rucksack Einen Schuss hab ich auch abgegeben Keine Ahnung, wo der hin ist You are dead Scheiße, Mann Hello Ich bin da aus dem Raum, ne? Scheiße, Bro Das find ich jetzt auch ein bisschen scheiße Ich find das extrem scheiße Könntest du mir sagen, wo du bist? Ich renne irgendwie raus dann Ne? Wie geil, auch wenn ich hinter der Tür sitze Und Daniel im Raum steht Dass der an Daniel vorbeiläuft Und auf mich schießt Der rennt wieder rein, Luzi Ja, die Der ist angehittet Denkt an mein Stuff, ne? Da ist eine AKM Scheiße, scheiße Hab ihn, hab ihn, hab ihn Nice Danke Oh, oh Geh weg Da ist ein AKM-Schütze, ne? Geil, Assist bekommen Wo denn? Der oben? Keine Ahnung, hast du das nicht gehört? Der hat doch rumgeschossen Ich muss mich ganz kurz verbinden Der hat mich auch getroffen, Mann Oh, ich hasse das Immer diese Art Gleich wieder da Jo Ähm Seid ihr noch in dem Gebäude? Ne, ich muss kurz weg Ja, so drumrum Zombie verfolgt mich Weil an der Haupttür, da wo ich gesessen habe Müsst ja mein Stuff legen Zumindest Oh, shit Mach keinen Scheiß, bro Ich hab keine AKM Dann schieß doch einer Okay, ich bin verbunden Boah Naja, natürlich hat er die Muni erwischt Was soll denn das? Alles ist noch heile Ach, ist doch scheiße, ey Oh, shit Oh, für ihn reinkommen Scheiß drauf Elektrobaldikt Mankey, ja Grasaffen Pisaflor Gengar 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 Äh, Peaches Ich brauch Peaches Ach, Gengar, doch Peaches, äh, da Sag mal, da Der ist Der müsste noch oben sein, ne? Am Campen Wahrscheinlich Weil da unten ist er tot, zum Glück Ja, genau Versucht mal auf die Haupttür Ein bisschen zu snipern, weil da mein Stuff liegt Ja, ich bin kein Sniper Aber ich Ich auch nicht mehr Ich hab mein Alter, Long Range Wahrscheinlich Wahrscheinlich laufen hier drei Zombies auf mich zu Ja Wahrscheinlich folgt er mir fünf Stoppwerke hoch ins Krankenhaus, ne? Ah, Krankenhaus Alter, ey Warum kriegen wir das eigentlich nie hin, dass ein Dass der Stuff so ein bisschen gesaved wird Weil wir immer angehitet werden Ja, weil die auch dann schießen Weil ich wette, wenn ich jetzt da hinlaufe, werde ich wieder erschossen Ja, ich kann ja was riskieren, wenn du willst Ich bin aber hartgrau, ne? Ja, du brauchst ja nur von hinten in die Halle reinziehen oder so Weil da mein Stuff liegt Direkt am Kopf Ja, ich geh jetzt da hin Aber dir ist schon klar, dass Elektro halt auch Schon relativ gut besucht ist Oder frequentiert, ja? Ja, ja Ja, ja Okay, du warte, warte, warte Warte, warte, warte Das hilft mein Stuff, ja, ja Ja Ich hab diese hintere Tür da gerade im Blick Während ich mich professionell verbinde Von der Weberei Hintere Tür von der Weberei oder wo? Warte mal Ja Okay Also die Tür auf der anderen Seite ist ja auf in den Raum rein Ich hab zwischen Tür und Band gesessen Ich hab ne Idee, ich geh in das grüne Haus rein Leute, hier liegt ja noch einer Hier liegen ja zwei tot Ja, lol Nee, aber Auf dich? Nein, also der wurde schon erschro... Oh, Alter, die Tür ist zu gleich bestimmt da oben drin Was ist denn los hier auf dem Server? Ja, geil Ja, das freut ihn wieder, ne? Ja, ne? Nein, ich find das gut Ja Schießen, Mama Ist mir klar, dass du das gut findest Ich rischiere jetzt was, ich geh da hoch Ich find das gut You are dead Warte mal, ich loote den mal Das ist ja... Geil, da bin ich auch viel Sachen dabei, Alter Bist du im grünen Haus, Luzi, neben der Fabrik? Ja Also außen, außen Wo bist du, wer schießt? Ich nicht Also ich komm zu dir, Bro Jetzt wurde gerade geschossen, äh... Ortseingang Bin bei der... Okay Bin bei der Weberei draußen Ne? Last Christmas Last Christmas, da liegt der Tod Bitch Ich bin jetzt beim grünen Haus, ne? Ähm, welches? Das erste nach der Weberei Geil Wir könnten auch da hoch gehen, weißt du, gegenüber Ich laufe jetzt mal in die Weberei gleich rein Ach so Und versuch mal mein Stuff wieder zu kriegen Hier würde noch Stuff rumliegen von einem Musienschützen Das kannst du nehmen, Patrick Ich will meine AK-74 wieder Ach so, die AK-74 Das ist das Oh, wie er labert Das ist überhaupt nicht das Erste Was? Klar Kommt bis zweit Mama Ne, wenn du... Hä? Oh fuck Bist du das, Luzi? Schwarzer Driver Ja, ja, ja Ich renne ja gerade ein bisschen so rum Alles klar Ah, da bist du Hier, wo Ach so, der liegt hier draußen Ich glaube, der ist von da oben erschossen Warte, pass mal auf Die Fenster da, weißt du? Pass mal auf Achtung, weg, 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 weg Weg, weg, sofort weg Was ist denn da? Gegenüber von uns sind die drin, oben Hinter dem, weißt du? Graues Haus? Ja, genau gegenüber, da wo du hinkockst Links Zombie, Achtung Aber die haben uns eh gesehen Ja Da machst du jetzt gar nichts mehr, langsam Hä, wo hab ich die denn gesehen? Waren die da links oder was? Oder was? Nee, die waren... Ach so Gerade verzweifelt auf der Suche nach meinem Long Range Aber das kann ich verknicken Ja, da drin sind die Buchse da an, Mann Buchse da an Hab einen, glaub Glaub ich Ja, es sah so aus, dass wir da umfallen Okay Ich hab mein Stuff wieder Alles klar Patrick, kommst du zum grünen Haus Oder wollen wir uns irgendwo Verbarrikadieren? Ja, ich bin hier Bin hinter dir gerade Loll Pass auf, Achtung Da Ja Wo die Fenster sind, da sind sie drin Zwei Stück Okay In diesem Gebäude Ich hab keinen Plan, ob der andere jetzt tot ist Oh shit Hä, wie... Der hat mir... Alter, der hat meine Magnum zerschossen Was für ein Hurensohn, Alter Bitte was ist er? Entschuldigung Was, bitte? Bitte was? Nee, hu Hu Hm Hu, so So Hm Geile Bitch What? Hä? Warte mal, warte mal Warte mal Ah, scheiße Warte mal, wir sprechen jetzt von dem grauen Haus, ja? Nee, das ist das andere Ähm Wo bist du? Wo stehst du? Ich bin im roten Haus Im roten Haus? Bisschen weiter Nee, das ist... Äh Das ist graue Nee, das ist gegenüber noch Das gelbe Das gelbe... Ja Das ist das für ein gelben Ton Du kommst zu dir, ey Ja, das wär am besten, glaub' Meinst du? Wo seid ihr? Hinter der Mauer Egal Küste Egal Ganz ruhig bleiben Da bist du doch Leuch Ich muss ein bisschen... Ich muss erst mal was essen Ja, das ist eine gute Idee Warte, ist einer von euch in dem grünen Haus? Nein, nein, nein Nein, aber ich bin direkt hinter dir Ich bin in ein grünes Haus gelaufen In eines grünes... Was? In ein grünes, doppelstöckiges Haus Jetzt erst erst mal Schlag mich doch, du verfickter Zombie Hab ich verfickt gesagt? Sorry Ganz ruhig bleiben Es wird alles wieder gut, Jungs Chillt mal Es ist alles gut Na, ja, bestimmt Sag mal, steht der da noch? Oder was macht der da? Ist der tot, Alter? Was macht denn der da oben? Ist das Haus grünlich, Lucy? Also, komm mal zum grünen Kleinhaus Wo wir waren vorhin Wo der andere liegt So, wenn du jetzt Hinter dem grünen Haus stehst Ja Direkt vor dir das Gebäude Mit den Fenstern Direkt vor dir